Die zwei Tage waren hart, aber ich bin mit meinem Fortschritt zufrieden und habe eine Menge dazugelernt. Wenn ich könnte, würde ich meinen Ausflug ins Kiesbett rückgängig machen. Das hat den Mechanikern viel Arbeit bereitet. Das war definitiv eine der besten Erfahrungen in meinem Leben. Das waren interessante und spannende Tage. Ich hoffe, ich werde einer der Junioren für das kommende Jahr. Das Warten auf die Entscheidung wird hart, denn ich möchte unbedingt die Förderung gewinnen. In den beiden Tagen hier war ich sehr konkurrenzfähig. Das war toll. Wir hatten zwei spannende Tage und freuen uns nun auf die Auswertung der Daten. Die sechs Kandidaten haben hier alles gegeben. Es wird nicht einfach sein, die zwei besten auszuwählen, aber wir werden sicher eine gute Entscheidung treffen.